Servus, grüß euch und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer antialkoholischen Rezepte-Küche hier bei etzer.online. Heute mit einem Erdbeermangoschaum. Die hier angegebenen Zutaten reichen für 4 Portionen und euer Zeitaufwand sind ca. 10 Minuten. Ihr benötigt 250 Gramm Naturjoghurt, 350 Gramm Erdbeerjoghurt, 350 Milliliter Orangensaft, eine Flugmango und 300 Gramm gefrorene Erdbeeren. Kommen wir zur Zubereitung. Beide Joghurtsorten gemeinsam mit dem Orangensaft in einem Mixer verquirlen. Die Flugmango schälen, den Stein entfernen und das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Zusammen mit den gefrorenen Erdbeeren in den Mixer zu der Joghurrorangenmasse geben und alles zusammen cremig pürieren. Zum Schluss den nun fertigen Erdbeermangoschaum auf 4 Gläser verteilen und nach Belieben garniert servieren. Fertig! Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee.etzer.online zur Verfügung. Wünschen euch nun viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Euer etzer.online Team